hallo zusammen hier ist eure agentin jena ich habe heute noch ein neues buch für euch von martin hennig und zwar heißt es lobens party und ich erzähle sofort worum es geht daniel wird von seiner geliebten anna verlassen und sein freund toni verschwindet spurlos er versucht anna zurück zu gewinnen aber sie hat bereits einen anderen auf der suche nach toni reist daniel nach england tonis zwillingsschwester silia erzählt ihm toni habe sich von einer klippe ins meer gestürzt eine zeitreise in die frühen 1990er jahre und in die glücksillusion der droge in jene sehnsucht nach ewiger jugend und niemals zu ende gehenden weißen nächten mit ihrer verheißung von glanz und sinn gebung eine welt als angebot in der koks teurer aber auch besser ist als heute und zwanghaft spontan sechs im plauderton vollzogen wird ich freue mich darauf zu lesen wie steht es mit euch versuchts doch auch bis bald tschüss